Musik 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 Und damit herzlich willkommen zu Eswaro 5, heute mit dem Mr. Inder. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge Eswaro, natürlich wieder mit dem Mr. Inder. Moin Moin. Wir joinen drauf. Diese Folge unser Ziel natürlich wieder Leder zu finden. Warum ist es hier so hell? Ich habe keine Livemap drin. Ah, wir haben einen Facken gestellt, ne? Okay, let's go. Lass hoch, komm. Okay, nacht. Hier, alles gut. Komm. Du bist nur verbundbar. Ja, komm. Willst du mich da noch? Ja, ich bin hier. Komm. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wir brauchen einfach nur ein Leder, eine Kuh. Komm, die muss doch hier irgendwo sein. Kommst du, dicker, hallo? Na, warte mal. Ja. Leckt der Discord schon, bitte? Cool. Komm, lass mal in die Richtung. Am Berg vorbei. Sein. Ja, irgendwie leckt der ganze Zeit, wird der scheiß Discord. Komm. Wir müssen am Berg vorbei. Ich muss gleich was essen machen. Ja. Der Discord leckt. Ja, der leckt richtig. Ich finde hier aber auch keine Kuh, ne? Komm ich noch. Wir müssen uns echt beeilen, weil wir brauchen auch noch Bier. Das ist ein Gefühl, die letzten Projekte, die kann ich nicht rennen. Hier, das sind Schafe. Nehmen die Chicken auf jeden Fall alles mit. Es ist halt rot zur Not. Ey, das leckt. Was ist das? Bei mir liegt es nicht. Ja, keine Ahnung. Das liegt wahrscheinlich am... Jetzt geht es wieder. So belastend, was wir hier gerade machen, ne? Komm, hier muss doch irgendwo eine Kuh sein. Das kann es doch nicht sein, oder? Sender, ich muss was essen, brah, sonst kann ich nicht rennen. Ja, wenn das Essen ist, roh. Wir haben genug momentan. Hast du echt kein Leder? Ich habe keins, nein. Hier, da vorne ist alles abgebaut. Davon haben wir schon ein paar Äpfel gefahren. Lass mal weiter weg, lass mal in die Richtung. Hier hat es gebrannt, hier hat es gebrannt, hier hat es gebrannt, Sinne. Ja, lass mal rein. Das war ein Feuer. Du bist jetzt schon wieder hin gebrannt. Nach rechts ein Stück. Davon ist ja noch Schweine. Oh, die gehen so viel. Es sind so viele auf dem Servo. Ja. Ja, Sender, ich habe dich jetzt verloren. Ich kann nicht rennen. Und roh essen geht nicht, weil ich Hühnchenfleisch nur habe. Woll mal, ich komme dazu. Ich bin giftig, ähm, du. Kommt da hin. Wollen wir runter? Ja, ich bin echt zu viel auf dem Servo. Ich habe dich verloren. Ja, da wo der abgebrannte Wald ist, da bin ich. Warte, ich baue wieder. Ich töte ein paar Hühnchen, ich gehe zurück. Ja, da musst du kurz warten. So. Bist du da? Ich bin bei den abgebraten Wald. Aber da bist du nicht. Ach, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe dich. Hey, hey. Weiter laufen. Vielleicht findet man auch irgendeine Kuh. Nee, das kann es doch nicht sein, dass man hier keine Kuh trifft. Da ist ein Haar, so. Da ist ein Haar. Das leckt so hart, der Discord bei mir. Und Aufnahme geht zwar, aber der Discord leckt. Kein Plan, auf was das liegt. Hier sind laute Tiere, aber kein einziges. Wir brauchen nur ein Kack Leder, Alter. Was ist das? Kann es ja wohl echt nicht sein, dass hier keine Kuh gibt. Dann lass uns weiter einfach laufen. Warte mal, ja, da ist noch ein Haar. Da braucht auch kein Leder. Ich gehe mal den Berg hoch. Okay, der hat Leder getroppt, ja. Einen Leder haben wir schon. Okay, komm mal einen Berg hoch, den gerade aus, den du da gesehen hast. Da ist ein Berg. Da ist ein Braunpilz, ne? Ich empfiehle dich wieder. Da ist noch ein Hase. Komm mal mit. Du musst doch einen Berg hochkommen, ich will dich nicht verlieren. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, Digga. Der hat nur Flash getroppt. Ey. Wir sind aber im Hintergrund hier. Ich seh doch hier, wohin irgendwo nicht wohnt, am Pferd sein. Ich weiß noch nicht, Marcel. Ich hab die kleinen Troppen, aber nichts. Na, hab ich sehen, vielleicht ist er zu schnell. Na, der hat Tropp nix, die kleinen. Da ist ein großer noch. Ich hab jetzt übrigens Angst, dass wir ein Gegner reinlatschen. Ja, nur wegen dem scheiß Leder, da vorne ist auch noch. Hat er getroppt? Er hat, ich muss erst mal Müll wieder entfernen. Jawohl, der hat Leder getroppt, zwei haben wir schon. Ja, ich muss kurz Essen machen, sonst sterbe ich dir hier, Sender. Stell mal, ich hab Öfen. Ja, du kannst dann an der Oberfläche hier. Erst die beiden ruhen. Okay. Okay, ich hab jetzt drei Hasenfell, noch eins. Da vorne ist noch ein Hase. Okay. Es gibt aber nirgends wo eine Kuh, das ist halt so komisch. Ja. Kein Pferd. Komm, wir brauchen noch ein Hasenfell. Oder eine Kuh halt, ne. Das sind noch Schafe. Komm, Bruder. Also Fleisch. Da vorne ist auch noch ein Hase, komm. Komm, ich droppe da jetzt noch ein Leder. Komm, mach nicht die. Ja, ich hab vier Leder, komm. Ja, unter die Erde, komm. Runder, ich grab runter. Warte, ich hole Erde. Ja, moin, du schau. Warte, ich hab Erde. Warte, warte, warte. Hab's. So, ich fahr mich hier drüben hin. Ja, genau, grab du. Nee, ich baue runter, jetzt braue runter. Man hört ja, wenn da Leder oder so was ist. Wer will feiten? Niemand. Komm runter. Hä? Komm mal über mir mit Poppel zu. Na, bei mir ist doch gut, wenn man drunter will, fliegt dann tot. Hä, warum hab ich Herzen verloren? Warnung, hast du Hunger vielleicht? Nee, ich hatte vier Herzen. Ja, komm her, lass uns mal hier Öfen machen. Ja, mach mal. Warte, hast du, hast du Kohle oder hab ich selbst? Nee, hast du Kohle? Ja, ich hab Kohle. Ich mach die Hühnchen. Ja, guck mal, ich meine dazu. Da haben wir 27 Hühnchen. Gib mir mal die Dierspitze, okay, bitte. Du hast, du hast doch, ähm, Obsidian. Mach mal, mach mal eben einen Enchander. Dann bringe ich mich schon mal runter auf 14. Vielleicht noch mehr Eisen. Wie macht man das mit den, warte mal, Zwischenrundermachen? Ah, nee, ich mach, ich weiß, wie es geht. Ich mach Gott. Aber wir haben kein Dier, wir haben nur ein Dier. Ja, stimmt, wir müssen noch ein Dier finden. Ach, du Scheiße. Aber ich mach schon mal ein Buch. Ja. Buch hab ich und vier Obsidianen und nur die Diers. Hab ich mich jetzt voll gegessen. Ich würde direkt jetzt mal auf den Elf runter. Ich baue hier mal über uns mit Koppel zu. Ich hab nicht mal viel Holz, ne? Ähm, Holz hab ich gar nichts. Ja, moin. Holz vergessen. Egal, scheiß drauf. Wir kriegen jetzt auch ohne Holz hin. Gib mir mal ein bisschen Kodo, bitte. Ähm, Kodo. Ja, ich hab den Koppel zu machen. Ich nehme mal Essen, dass ich, ähm, mal generiere. Hast du gerade EP aufgesammelt? Was? Hast du gerade EP aufgesammelt? Ähm, ja. Na gut. Ja, ich komm, gehe ich nur zu uns. Ich werde zu ausreißen. Wir sind tot. Bau einfach hinter uns zu mit Koppel. Ist egal. Na gut, ich komm jetzt auch runter. Ich lass noch Essen, hab ich durchbraten lassen. Ja, bau. Bau einfach den Weg, wo ich baue. Einfach hinter uns mit Koppel zu. Hast du schon. Sind jetzt 23. Ja, moin, da muss ich voll viel zensieren. Zensieren, weil sie rennen würde kurz aufhören. Ja, ich muss auch. Bin der vierten Völker, das Mann. Ich baue mal alles ab. Ich baue richtig unter uns zu. Ja. Komm mal, da die jetzt müssen jetzt noch drin sein. Wir haben Minuten. So, 12. 11. Ja, ich hab jetzt zu uns ein bisschen zugebaut. Labus und Gold. Wir müssen auch noch eine Folge Äpfel fahren. Das kann machen wir dann in der, ähm, der vor allem, in der übernächsten, ne, so dann morgen. Ja, mag gucken. Wir schaffen jetzt, äh, wie wir es jetzt finden. Bau du in die Seiten rein, am besten oder bau dich halt mal anders. Okay. Ich brauche mich in die. Aber wir sollten uns auch nicht zuweilen, was in der noch drin. Über mir ist Wasser. Und du halt ne Case sein, ne? Na, wir brauchen eh noch einen Ambus. Ja, auch einen Ambus. Den müssen wir noch machen. Na gut, ja. Aber Eisen habe ich über einen Stack. Ja, ist gut, weil wir müssen auch noch die Eisenschwetter entschauen. Komm, ein Tier muss wenigstens drin sein, Bruder. Ich brüttel mich einfach noch weiter runter. Ich hab halt nur noch ne Eisenschwetter und die ist bei dem Arsch. Ja, mach halt ne neue. Ja, ich bin so doof. Hast du noch ne Walkbench? Äh, ne. Aber ich kann dir Holz geben. Gut, ich hab meine Walkbench oben gelassen, aus Versehen, ich Idiot. Ich bin jetzt bei Bedwalk. Ich baue mich jetzt gerade unter Bedwalk lang. Ja, Bedwalk ist zu tief. Da finde ich die meisten Dias immer bei Bedwalk. Guter, komm schon, gönn doch mal ein paar Dias. Und nochmal Gold, nice. Ja, wir haben so viel Gold, ne. Ich hab auch noch 35. Ich hab schon 36 Gold. Ich hab 35. Steck Gold, fast. Wir haben sogar schon Steck Gold. Soll, Mond, Mond, Mondsterleck, Alter. Ich hab Lapis. Komm, find mal ein paar Dias, Bruder. Lapis nehm ich aber trotzdem mit. Oh, man, die erste Spitzhack ist im Arsch. Du hast ne 5'n gekickt. Wir bräuchten jetzt noch Dias, finden wir geil. Wir bräuchten locker, wir bräuchten halt, ähm, noch 3, also 4 Dias bräuchte man, dass man zunächst schon eine Spitzhack mal machen können. Und noch ein Dias halt für die Dings haben. Wieso Spitzhack? Spitzhack brauchen wir nicht mehr. Wir können auch mit Eisenspitzhack. Verschwendung. Hm. Wie kaputt ist, mach ich auch mit Eisen. Es ist die auf komplette Dias verschwenden. So paranoid, ne? Ich denke immer, der kommt ab. Oh, ich bin hier genau grad in so einer scheiß Kies, ähm, Dings. Und da ist die nächste kaputt, ich muss zurück. Ich hab halt kein Holz. Ich hab dir aus dem Gang getroppt. In meinen oder in deinen Gang? In meinen Gang. Bau dich halt langsam zu mir, du weißt ja, wo ich langsinn. Ich geh einfach den Gang zurück und komm zu dir gelautscht. Ah, seh, du dich da. Ah, hier hast du Holz, geil. Internet, Bruder. Wenn ich sag mal, jetzt schon mal ein Leder, das ist schon mal. Was kann ich denn jetzt wegschmeißen? Schienen. Ah, ich hatte immer noch, äh, Holz. Das hab ich grade erst gesehen, aber egal. Dann hab ich das Holz, da hast du ein bisschen Platz. Leider keine, keine Blüchen, aber die können wir auch. Ja, hast du. Wir haben so viel Essen gefunden. Ich mach gleich mal ein paar mehr Sticks. Hey, Digga, was ist das, Alter? Ich find keine Dias, ne? Die anderen finden 20 Dias in einer Folge. Hey, warum hab ich mir ein Holz jetzt weggeworfen? Würde ich grad sagen. Weil du bist. Du wirst du bist. Aber ich hab, ich bin doch so lost. Ich bin doch so lost. Nein! Was? Sender, komm mal zu mir bitte zurück. Ich hab aus dem einen Obsidian gebaut. Du bist so ein Noob, Alter. Ja, danke. Weißt du, wie lange das jetzt saub ist, das Obby hier abgebaut hab? Ja, moin. Komm auf! Hey, ich kann kein Escape-Mail. Hast du grad was gemacht? Nee. Ich hab nix gemacht. Ich hab irgendwas gehört. Liegt auf jeden Fall. Die wird... Warte, ich nehm... Die wird manchmal... Mensch, Mensch. Komm, in die Richtung. Bau hinter uns zu. Junge, deine Geräusche, Alter. Ich denk, die ganze Zeit, da ist ein Gegner, ne? Die du Geräusche machst. Ich baue mich in die Richtung, Alter. Eigentlich kann keiner wissen, wo wir sind. Wär jetzt halt Bällelag, wenn die halt hier auch wären, ne? Es sind halt so viele auf dem Server. Ja. Ja, Digga, das ist doch lächerlich, oder? Keine Dears, finde. Ja, ich finde da auch keine. Ich bin auf Höhe 11 und krieg keine Dears. Was ist das? Da sind wir sagen, am Bettwoch, da hast du die besten Chancen. Was? Für 11, 11 ist es besser für dir. Hier ist quasi gar nix. Die haben aber die Spawnrate von Dears runtergesetzt, glaube ich. Werd ich schon schon machen. Komm, Digga, gönn doch mal ein paar Dears in die rein. Ich hab n' bei Cola. Ja, ich auch. Du warst... Ne, ich dachte, ich werd'n 3 Sekunden gekickt. Reds, ne? Nein, wir sind... Na gut, ihr müsst'n auch n' bei den 3 Sekunden gekickt, denn sind wir auch bei 15 Minuten jetzt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die noch einen aufnehmen können. Wir können auf jeden Fall noch einen aufnehmen. Ja. Bruder. Ja, ich baue mich trotzdem in der Zeit weiter. Ich bin bei Erde. Ja, ich bin auch die ganze Zeit bei Erde. Es ist halt hart, lächerlich, ne? Ich werd'n 10 Sekunden gekickt. So, das war's mit dieser Folge. Ich bin noch nicht gekickt, ich bin noch nicht gekickt. Jetzt bin ich gekickt. Gut, ich komm raus. Das war's mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö. Ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.